Hallo und herzlich willkommen zurück bei Undead Legacy. Wir haben Tag 9. Ich habe bestimmt auch einen Fähigkeitspunkt. Jawohl, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Lass mich den gleich mal bei Stärke reintun. Da kommen wir da ein bisschen weiter. Heute ist es soweit. Das Bike, also das Fahrrad, steht hier schon bereit. Wir machen heute den ersten Trip die Straße runter in die Wüste. Ich hoffe, dass mich die Skorpione in Ruhe lassen. Aber auf dem Weg schauen wir noch vorher bei Jen vorbei. Und dann gucke ich mal, ob sie vielleicht noch neue Zahnräder hat. Heute müsste ja Re-Stock gewesen sein. Denn ich brauche noch drei Zahnräder, um mir den ersten Schraubenschlüssel zu craften. Hallo, Jen. Ach ja, was abzugeben habe ich ja auch noch bei ihr. Ja, ein Jagdgewehr kriege ich. Oh, da kann ich mal die 792er Munition verschießen mit. Nehme ich sehr gerne. Nehme ich gerne mit. Dann gib mir doch gleich mal was Neues. Hier irgendwie einen Abholen, Säubern. Was ist denn das? Das sieht ja strange aus. Aber da liegt ein Bär, oder? Will ich mich jetzt mit einem Bär anlegen? Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt mit einem Bär anlegen will. Machen wir doch Maggies Corner. Ach nee, das ist ja Stromversorgung wiederherstellen. Uh. Dann Bungalow Haus 4. Das hatten wir noch nicht. Jen, kauf mal erstmal diese Sachen her. Gut, dann habe ich 3700. Was darf ich mir da denn leisten? Ich habe auf jeden Fall Hunger. Kaufen wir ihr am besten alle Kartoffeln ab. Denn die kann ich schon zu gekochten Kartoffeln machen. So, das ist das Problem. Zahnräder hat sie nicht. Das heißt, wir sind unserem Schraubenschlüssel leider noch nicht näher gekommen. Verdammt. Vielleicht was im Geheimvorrat. Ah. Bergbauwerkzeuge. Eine Limousine. Für 126.000. Ranger-Gewehr. Ja, die Bücher. Ich brauche halt Forschungsmaterial, aber ich glaube, ich tue besser daran, wenn ich jetzt versuche, heute ein bisschen was davon zu looten. Denn wir finden bestimmt in der Wüstenstadt den einen oder anderen Cracker Book. Schauen wir mal nach oben bei Hagen. Hagen, wie sieht's aus? Der hat auch eine ganze Menge Quatsch. Da werden wir uns vielleicht sogar noch das eine oder andere kaufen. Aber ich suche halt Zahnräder und... Oh, guck mal. Er hat ein Rezept für den Ballistikstation. Dann muss ich die nicht erforschen. Ist das nicht vielleicht sinnvoll, das zu machen? Ich glaube, das ist sinnvoll. Wenn er hier so ein Bauplanrezept hat, bevor ich da wieder unendlich viele Ressourcen ausgeben muss, bis ich das selber erforscht habe, dann nehme ich diesen Bauplan mit. So, der Automat ist auch wieder aufgefüllt. Das ist natürlich sehr gut hier. Wir kaufen mal das. Wir kaufen mal das. Hälstertrümmerer, soll ich das kaufen? Ja, Eisen brauche ich ja sowieso auch wieder. Und das war's leider. Mehr gibt's hier gar nicht. So, die Ballistikstation auch gelernt. Und jetzt geht's auf in die Wüste. Ich hoffe, ich finde viele Rezepte, Bücher und was zu essen. Na, Hühnchen? Meins. So, ab hier auf jeden Fall Vorsicht vor Skorpionen. Ich hoffe, wir können den wegrennen, also wegfahren mit dem Bike. Hier ist übrigens das einzige Minibike, was ich bisher so gesehen habe. Das kann man reparieren. Und ich bin jetzt mal neugierig, was man da braucht für. Okay, wir brauchen einen Schraubenschlüssel in der Hand. Das ist okay. Wartung von Minibikes. Das müssen wir lernen. Ansonsten Reparatursatz, kompakter Motor, Bleibatterie. Zwei Räder. Aber man braucht keinen Rahmen und keinen Lenker. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube, vier Reparatursätze hätte ich sogar. Tja, ich glaube, sind wir gar nicht so weit entfernt. Hallo, Hühnchen? Hühnchen? Nein, nicht wegrennen. Komm her. Ich brauche noch ein Hühnchen. Äh, meins. Also, dass wir zu kleine Städte sind, darüber kann man sich wirklich nicht beklagen. Ich bin gerade auf dem Weg zu diesem riesigen Klotz dort. Das ist doch ein riesiges Shoppingcenter, wenn ich das richtig sehe. Da dürfte es thematisch alles geben. Unter anderem sicherlich auch einen Cracker Book. Und natürlich essen sollten wir da auch finden. Ah, das ist ein Skorpion. Bleib bloß weg von mir. Oh, der kann sogar springen. So, hier gibt es so eine Art Postal Office. Ich suche eigentlich eher sowas wie einen Haupteingang. Ah, hier geht es auch rein. Ich meine, gut, hier könnten wir auch reingehen, wenn das nicht zu ist. Oh, wow. Die Frames, die... Na ja, klar. Was wundere ich mich? Bei so einem riesigen Bau hier. So, zwei sind down. Mal schauen. Hallo? Also scheinbar bin ich hier in irgendeinem Laden direkt drin. Gar nicht so sehr in einem Hauptgang von mir. Shopping Mall. Ich kann mich ja mal hier durchschleichen. Oh, da ist eine Küche. Ich glaube, die muss ich zuerst looten. Aber das hier ist auch sehr interessant. Ah, neues Wartungskid. Hier ist ein Zementmischer. Mit dem Rezept für den Zementmischer. Geil. Das feiere ich. Noch ein Reparatursatz. Oh, bitte keine Zombies in der Küche. Ist das hier so eine Art Baumarkt oder so ein Möbelhaus wahrscheinlich eher? Oh, der ist sauer. Oh, shit. Nee, von kann man gar nichts looten, wollte ich sagen. Doch kann man. Aber nicht alle. Weil die hier sind alle lootbar. Obwohl es gar nicht so viel Sinn macht, dass die lootbar sind. Wahrscheinlich stehen die einfach nur falsch rum. Okay, viel zu trinken, aber nichts zu essen bisher. Könnte man sich ja eigentlich mal so einen Juckersaft genehmigen. Und den Bauplan hier, den lese ich gleich. Der dürfte mir auch ganz gut weiterhelfen. So, da gab es ein bisschen Honig. Aber viel mehr ist hier nicht. Was ist hier nebenan? Das ist die Badabteilung. Ich will mal mehr in so einen Hauptgang hier rein. Damit ich mich ein bisschen orientieren kann, was es hier so gibt alles. Okay. Haben wir schon mal einen Kaffee. Da ist Crackabook. Müssen wir schauen, dass ich hier nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Oh, hier sind Spikes. Können wir hinterrennen und das vielleicht benutzen als Verteidigung? Weil es hier zu krass wird. Also jede Menge Zeug gibt es hier schon. Ich würde ganz gerne den Crackabook hier looten. Oder kommen gerade welche? Und die hängen sich schon in den Spikes auf. Ja, perfekt. Das ist doch super. Mach nicht die Spikes kaputt. So, da kommt auch eine raus aus dem Crackabook. Okay. War die schon mal entsorgt? Wie kommt man jetzt hier rein? Ah, verdammt. Ja, komm hier durch. Hier sind Spikes für dich. Tu dir keinen Zwang an. Komm einfach her. Na komm. Aber ich muss das auch weghacken, sonst komme ich da selber nicht rein. Okay, ich hoffe, hier ist keiner mehr drin. Ah, so viele Bücher hier. Geil. Das mag ich. Genau das habe ich gesucht. Oh, jetzt bitte sag mir nicht, dass hier überall nur Papier drin ist, ey. Oh, hier haben wir einen Bauplan für Dynamit. Lündern. Actionskill. Ich glaube, den lerne ich aber auch. Die haben wir schon. Das scrappe ich direkt. Na, Traumschlüsselbauplan. Super. Jetzt habe ich die Zahnräder investiert, um den Bauplan zu lernen. Oh mein Gott. Okay. Maisbrot muss ich unbedingt lernen. Auf die anderen beiden kann ich erstmal noch verzichten. Dann kann ich jetzt endlich mein gesamtes Maismehl da benutzen. Und wahrscheinlich auch den ganzen Mais, weil den kann ich ja zum Mais... Oh, haha. Den ganzen Mais kann ich auch jetzt kochen. Sehr gut. Dann muss ich den Mais nicht mal in den Mörser und Stößel machen. Man kann direkt gekochte Maiskolben machen. Reflexvisier wird erstmal gescript. Mods interessieren mich im Moment nicht so sehr. Bergbau, Helme und Lampen. Ne, habe ich schon. Brauche ich nicht. Schafplitzengewehre scrappe ich direkt. Okay, also wir machen schon sehr gute Fortschritte hier mit Forschungsmaterial. Das hat sich gelohnt. Bauplan für die AK-47. Es ist jetzt nicht so, dass ich die überhaupt bauen könnte. Von den Materialien her und den Werkbänken. Also erstmal weg damit. Selbstgebaute Schrotflinte brauche ich nicht mehr. Habe ich schon eine bessere. Was haben wir hier noch? Nochmal den Lampen-Mod. Laufverlängerung auch scrappen. Schmelzofen-Bauplan. Habe ich auch schon gehabt. Naja, Baumwollsamen. Vielen Dank dafür. Sofort scrappen. Einfache Sensoren. Ja, scrappe ich auch. So, dann haben wir jetzt noch die Kasse hier mit ein bisschen Geld. Und das war es von diesem Crack-a-Book. Boah, das hat sich doch mega gelohnt. Wie viel habe ich jetzt? Warte mal, ich muss den hier noch scrappen. Ich muss, naja, plündern. Lerne ich mal lieber. Dynamit. Scrappe ich auch. Brauche ich nicht. Dann habe ich jetzt schon 850 Forschungsdaten aus diesem kleinen Run hier. Und da hinten ist ein bisschen Fleisch für mich. Das ist doch nett. So, nicht viel. Aber immerhin ein kleines bisschen. Kann man sich mal gönnen. Ich habe immer Angst, dass hier jede Minute gleich ein Skorpion um die Ecke huscht. Weil die kannst du ja mit diesen Waffen, die ich hier habe, noch überhaupt nicht bekämpfen. Also das brauchst du gar nicht erst probieren. Das ist wie ein Zombie-Ware of Insane. Ohne Raketenwerfer machst du gar nicht viel. Ich kann das Ding hier aufmachen, wenn ich nicht gleich gestört werde von irgendjemanden. Denn ich höre irgendwelche Fußschritte. Ja, irgendjemand kommt. Irgendjemand kommt immer näher. Aber ist es offen? Okay, da ist er. Ja, Geld ist gut. Wir könnten heute auch noch den Wüstenhändler besuchen. Fällt mir gerade ein, Jen hat uns ja schon weitergeschickt. Ich bin ja jetzt hier am Anfang dieser Stadt. Und die Markierung von der nächsten Händler ist hier hinten. Ich schätze, das ist noch in derselben Stadt. Da können wir, wenn wir hier durch sind sozusagen, auch mal reingucken. Vielleicht hat der ja meine Zahnräder. Ah, diese Zeitungsdinger hier sind auch sehr gut für Rezepte. Genauso wie die Briefkästen. Aber Briefkästen wirst du hier eher nicht finden. Vielleicht finde ich auch Zahnräder im Müll. Ich glaube, das kann auch vorkommen. Die gibt es erst ab einer bestimmten Loot-Stage. Kann aber sein, dass wir den durch die Wüste hier schon erreicht haben. I don't know. Kampfanzug unten. Ich glaube, den trage ich. Der ist besser als diese Jeans hier. Was ist denn das hier? Ist das ein Bekleidungsladen? Ja. Ich kann ja mal reingucken. Oh, das ist nur ein ganz, ganz kleiner. Oh, die Kasse funktioniert. Sehr gut. Und noch mal mehr Geld für den Händler nachher. Was ich echt ganz nice finde, ist, dass hier überall Spikes rumstehen. Muss man zwar ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht selber reinläuft. Aber alles, was hier so rumkreucht und fleucht, kriegt erstmal Schaden. Scheiße, ey. Ich brauche unbedingt was zu essen. Zu Hause wäre es jetzt kein Problem. Ich könnte mir die ganzen Kartoffeln machen. Ich kann mir meine Maisbrote machen. Meine Maiskolben. Ich hatte doch hier irgendwo in der Mitte zu stehen. Genau hier. Frisches Brot. Gib mir mal frisches Brot. Oder ist das hier nur so ein... Doch, hier gibt es einen Küchenbereich. Ah, naja. Das ist mehr so ein Café hier. Verdammt. Ich dachte, hier gibt es einen Kühlschrank oder sowas. Da hinten ist ein Chambray Foods Schild. Dann gehe ich da noch rein. Und es gibt ja noch viel mehr Etagen hier in dem Ding. Die heben wir uns dann einfach für später auf. Dann haben wir jetzt erstmal das meiste vom Erdgeschoss. Ach, Mist. Äh. Okay. Den habe ich noch gekriegt. Und hier fallen auch schon welche von oben runter. Das ist nicht so gut. Ah, ich muss mich mal heilen. Ich verliere nämlich schon Leben. Dadurch, dass ich verhungere. Gucke ich mal noch ins Lebensmittelgeschäft hier rein. Vielleicht so ein Chambray Trade. Der könnte mir auch schon helfen. Chambray Kiste. Da ist doch meistens immer ein bisschen Dosennahrung drin. Gesperrt. Gesperrt. Fuck. Wie komme ich da rein? Will da rein. Und ich ziehe gerade viel zu viel Aufmerksamkeit auf mich. Kommt, Zombies. Zeig mir mal, was der einfachste Weg hier rein ist. Die Tür ist auch gesperrt. Ich könnte die wahrscheinlich aufknacken. Ist hier was drin im Spinnt. Äh, Rüstung. Yes. Okay, aber der da muss erst dran glauben. Oh, bitte nicht so viele. Okay, zwei. Damit kann ich leben. Ah, jetzt kommen noch von draußen welche dazu. Ah, das kann ich halt überhaupt nicht gebrauchen. Okay. Okay. Oh, ihr haltet euch hier auf. Das ist gut. Das größte Problem ist, oh, jetzt kommt hier der nächste. Dass das halt alles so lange dauert, die Zombies zu bekämpfen. Mann. So, ich glaube, ich will jetzt hier reingehen. Da hinten steht noch einer. Dann werden wir noch ein bisschen Sneak Damage bekommen. Jetzt hier noch mehr Zombies. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier finden können. Ja, das ist natürlich alles sehr nett, aber es ist alles nichts Essbares. Was gibt's? Was gibt's hier drin? Ah, das ist schon besser. Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Skillpunkt für Faustwaffen brauche ich nicht. Scrappen. Eidelbeer-Samen brauche ich erstmal auch nicht. Ja, könnte mal was trinken. Das wäre sicherlich gut. Oh, um mich herum so viele Zombies. Aber die kommen irgendwie alle nicht rein. Die donnern hier nur gegen diese Rollläden gegen. Oh, Zeitschriftenregal hat ein Schrottmesser. Ich habe ja das Schrottschwert, also scrappe ich das. Brauche ich nicht. Oh, halt, das kann man auch essen. Her damit. Ah, hier gibt es sogar kleine Bücherregale. Finde ich gut. Da hinten ist noch ein Geldautomat. Den kriege ich bestimmt auch auf. So, hier haben wir nochmal Geld. Und die ist gesperrt. Die kann ich auch aufsperren. Das hier kann ich auch noch Scrap- und Goldruten-Samen. Und nochmal ein Buch. Ah, die sind jetzt durchgekommen. Okay, Jesus. Ich glaube, ich muss hier erstmal raus. Gehen wir mal zurück, so wie wir hergekommen sind. Lass den Rest jetzt erstmal hier links liegen. Oh, hier sind Pilze. Hallo, Pilze. Und da ist ein Schwein. Okay. Ich nehme mir das Ei hier noch mit. Äh, wo bin ich denn rein? Ich bin hier an diesem... Hier war der Cracker Book. Da hinten ist der Working Stiff Tools Laden. Da bin ich rein. Und da müsste mein Fahrrad stehen. So, haben wir doch erstmal ganz gute Beute gemacht. Was Forschungsmaterialien angeht. Ich würde mal sagen, kann man das hier gut auf der Karte erkennen. Ja, das ist nicht zu übersehen. Ich fahre erstmal ein Stück weiter. Und zwar direkt zum Händler. Da habe ich auch da hinten schon das Ausrufezeichen. Ist zwar gerade nicht im Tracking, aber findet man ja auch so. Dann schauen wir erstmal, wer der Händler ist. Looten den. Dort sollte es auch ein Automat mit noch mehr zu essen geben. Was uns dann durch den Rest des Tages bringt. Und auf der Rücktour können wir ja hier dann nochmal in irgendeinem Cracker Book schauen, ob wir noch mehr Baupläne finden. Dann hat sich das doch heute richtig satt gelohnt. Falls ich es fappen sollte, lebend wieder zurückzukommen mit der ganzen Beute. Ach, blöder Geier, hau doch ab. Verschwinde. Oh, hier ist ein Cracker Book. Und dieses hier kenne ich auch aus der Darkness Falls Serie. Dieser bescheuerte, wo ist er denn? Verschwinde. Keine Ausdauer. Verdammt. Ja, das Ding hier ist natürlich auch nice. Zumal ich recht easy weiß, wie man da an die Hauptkiste kommt. Gibt es ja eigentlich auch einen Bücherladen drin? Ich glaube, da gab es auch an irgendeiner Ecke einen Bücherladen. Muss ich da nochmal gucken. Na, fahren wir erstmal zum Händler. Und dann kommen wir vielleicht auf dem Rückweg hier nochmal vorbei. Das ist gar keine schlechte Stelle. Wenn man auf der Suche nach Büchern ist. Lünchen. Komm her. Hab dich. Los, Skorpion. Schnell rein hier. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, ich komme hier rein. Ja. Äh. Oh. Oh. Das war knapp. Das ist scheinbar ein neuer Trailer. Das ist keiner von denen, die man so kennt. Aber wir können ja auch erstmal looten hier. Dann haben wir nämlich gleich auch Sachen, die wir ihm verkaufen können. Hier steht der Automat. Der ist prall gefüllt. Sehr gut. Komm, wir nehmen mal ordentlich was mit hier. Ich denke, das Ausbrecher kann man sich auch mal gönnen. Habe ich noch genug Geld? Na, die sehen ja fancy aus. Wollen wir einsteigen? Ich will gern damit hier rauslaufen und die, und den Skorpionen auf den Kopf hauen. Das, das würde ich gut finden. Geht das? Oh, hi. Ellen. Hallo, Ellen. Und hier ist der Waffenhändler. Okay. 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 Rennen wir erstmal mit Ellen. Das ist die Quest, die wir von Jen haben. Dann zeig mal her, Ellen, was du hast. Auf jeden Fall hat sie schönen Wildbret-Eintopf. Ich glaube, den gönne ich mir. Ellen hat ein Go-Kart für 30k. Und noch ein zweites für 30k. Cool. Kann man Rennen fahren. Sonst hat sie nichts Interessantes. Noch was im Geheimvorrat vielleicht. Nee. Das ist alles nicht so wichtig. Quad-Bike für 60k. Nice. Good. Was hast du, Maxton? Aha. Aber ich kann mir gerade sowieso nichts leisten. Das ist schade. Ich hätte doch schon gern einen Schraubenschlüssel, aber keiner hat einen. Was kostet der hier? 1700. Für einen Schrottgeschützturm. Könnt ihr mal das Geld hier verkaufen, das hier verkaufen. Noch ein paar andere Sachen verkaufen, die ich hiermit rumschleppe, unnötigerweise. Aber ich werde sicherlich nicht auf diesen Betrag kommen. Aber er hat ja noch die nächsten vier Tage dasselbe Inventar. Ich wollte mal noch den Wildbret-Eintopf essen. Dann bin ich nämlich von der Nahrung her wieder komplett voll. Dass ich das noch erleben darf. Wow. Gehen wir mal weiter rein hier in den Schinken. Hier müsste es ja noch einiges zu looten geben, oder? Na, wollte ich doch sagen. Genau, nochmal das Maisbrot-Rezept. Das heißt, mehr Forschungsmaterialien für die Sammlung. Rommel-Magazin. Sehr cool. Das ist kein Bauplan. Das ist die Mod. Ja, nichts Besonderes in der Küche. Kein Essen. Oh, doch. Im letzten Container, natürlich. Wozu esse ich das eigentlich? Ich bin noch voll. Okay. So, nach der Geräuschkulisse zu urteilen. Ist ja alles mit Zombies voll. Komme ich denn hier noch rein? Ich würde da schon gerne noch rein. Ah, dann muss ich hier lang. Ah. Sehr gut. Hier gibt es doch noch mehr. Oh mein Gott. Da ist er. Der Schraubenschlüssel. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Oh, Kunststoffsehne. Und jede Menge Munition. Okay. Oh, hier ist noch so ein großer Raum. Fuck. Wohin mit dem ganzen Loot? Was gibt es denn hier drin? Ein Knochen. Jo, komm. Dafür habe ich das jetzt aufgeknackt. Jo, jede Menge Material. Und wir nähern uns, glaube ich, dem Ende. Der Loot-Orgie. Ja, geiles Ding. So, wir müssen auch los. Es ist 18.40 Uhr. Wenn ich noch an irgendeinem Cracker Book anhalten will auf dem Rückweg, dann müssen wir hier unbedingt raus und los. Hier geht es nach oben. Mein Problem ist gerade nur, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ah, okay. Hier geht es noch nach draußen. Uff, uff. Okay, das muss ich anders machen. Gebt mir mal mein Fahrrad. Boah, da ist ja wirklich alles. Da kommt jetzt alles zusammen, was da jetzt vor der Tür steht. Ich glaube, hier oben war ich noch gar nicht, oder? Hier kann man auch noch looten. Oh Gott. Es gibt hier so viel Zeug. Wir können ja den oberen Bereich looten, wenn wir nächstes Mal hier sind. Ich würde jetzt gerne hier raus. Und ich glaube, ich komme einfach hier raus, wenn ich hier raus springe. Und dann vermeide ich auch die Skorpione und alles, was da unten so rumspringt gerade und gegen das Tor haut. Und. Ah, fuck. Ich kann das Bike hier nicht hinsetzen. Und weg. Ja, die haben alle das Interesse verloren, als ich dann da oben raufgesprungen bin. Oh, Biker gegen Skorpion. Ich glaube, ich will da nicht mitmachen. Lass mich mal hier außen rumfahren. So, hier gibt es ein Stellar-Kleidungsgeschäft. Und ich glaube, dieses Max hier ist auch ein Bücherladen, wenn ich das noch richtig weiß, von Darkness Falls. Ansonsten stand hier auch in der Nähe irgendwo noch der Crackle-Rocum. Ich glaube, ich gucke erst mal hier rein. Hallo. Tschüss. Boah, war das nicht hier hinter? Verdammt. Oh, Jesus. Was passiert denn hier gerade? Oh mein Gott. Was habe ich getan? What the fuck? Das sind ein bisschen viele. Oh man. Ich wollte auch nur ein paar Bücher haben. Oh Gott. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Ah, ne. Die schaffe ich doch nicht bis 22 Uhr. Auf gar keinen Fall. Ich könnte jetzt anfangen, hier rumzuschießen. Aber dann garantiere ich euch, kommen von den umliegenden POIs auch noch alle raus. Lass mal sein. Die holen wir uns später. Hier wäre noch der Crackle-Rocum. Frage ist, rennen die mir jetzt so weit hinterher? Vielleicht nicht. Ich glaube, hier sind nicht so viele Zombies drin. Wir werden das sehen. Na, drei oder vier sind hier auch. Ich muss mich jetzt halt beeilen. Na. Lass mich raus. Da hinten tanzen die anderen alle rum. Zu wenig Ausdauer. Na. Und da? Ja. Immer noch. Ich bin jetzt hier. Ich glaube, das wird nicht so richtig was. Weil es einfach zu viele Dudes sind, die mir jetzt hier schon hinterherlaufen. Der Geier interessiert dabei am wenigsten. Au. Ach so, meine Pfanne ist auch kaputt. Ja gut. Das ist natürlich auch ein Problem. Ach, was macht ihr denn hier? Das ist ein Krabbler. Das schaffe ich nicht mehr. Also es war lustig. Netter XP-Farm, aber can't do it. Zu wenig Zeit. Zu viele Zombies. Wir kommen später wieder. Wir haben ja heute gute Beute gemacht. Man muss es nicht übertreiben. Ich hätte gern noch ein Büchergeschäft ausgenommen. Aber das war vielleicht zu viel gewollt. Da kommen wir einfach morgen nochmal her. Nachdem ich mir einen ganzen Satz voll Eisen mitgebracht habe, denn ich habe meine gesamten Eisenplatten schon wieder verbraucht. Wer hätte es gedacht. Da geht es dann morgen nochmal kurz in die Mine ein paar Eisenklumpen rausholen. So, mal eben die Beute ein bisschen weglegen hier. Ich sortiere das ja immer gleich automatisch hier ein in die Kisten. Zumindest alles, was sich stapeln lässt. Das macht die Sache hier natürlich viel einfacher. Und der Rest, der kommt einfach jetzt mal hier rein. War das alles? Die Jeans hat noch gefehlt. Okay, hier. Das kann ich auch gleich scrapen. Schraubenschlüssel kommt mir direkt hier unten in die Leiste rein. Den werden wir jetzt benutzen. Ich werde den nicht direkt verbauen. Natürlich. Erst wenn wir einen zweiten haben. Das hier wollte ich upgraden. Hier fehlen mir jetzt noch ein paar Bretter. Die kann ich aber herstellen. So, nehmen wir uns das. Dann können wir direkt das upgraden. Ach nee, ich brauche noch den Holzhammer. Der liegt hier in der Waffentasche. Und dann haben wir eine Tischlerstation Stufe 2. Und in dieser kann man unter anderem hier bessere Lagerkisten bauen, die man auch beschreiben kann. Aber viel wichtiger sind solche Sachen hier. Bienenstock. Und irgendwo gibt es auch noch hier den Hühnerstall. Drei Hühner braucht man. Ich habe jetzt fünf. Wenn ich noch eins fange, dann könnte ich mir sogar noch einen zweiten bauen. Ansonsten sind es auch viele Bretter, Eisenschrott und ein paar andere Sachen. Das können wir uns morgen alles holen. Schade ist jetzt ein bisschen, dass ich keine Axt mehr habe. Denn die wurde ja jetzt verbaut. Ich bräuchte Eisenplatten, um mir eine neue zu machen. Jo, aber diese Eisenplatten, die werde ich jetzt so schnell hier nicht rankriegen. Ich werde mal noch meine letzten Eisenbahnen zu Platten machen. Aber das wird dann gerade so reichen, um meine Sachen zu reparieren. Vor allem meine Bratpfanne. Und deswegen müssen wir uns morgen die Spitzhacke nehmen und auf jeden Fall wieder ein bisschen Eisen abbauen, damit wir den nächsten Schwung Eisenplatten herstellen können. Ich habe eine Schnittwunde und ich bin infiziert. Letzteres ist nicht so schlimm, weil ich ja Honig habe. Beziehungsweise ich kann mir Honig machen. Macht man hier am Lagerfeuer mit diesen Honigwaben. Dann wäre das schon mal erledigt. Und bei der Schnittwunde brauche ich einen Verbandskasten-Set. In Vanilla geht es auch mit einem Näh-Set. Ich probiere es vielleicht mal damit. Schnittwunde behandeln. Na, geht auch damit. Okay, dann muss ich nämlich keinen Verbandskasten verbrauchen dafür. Okay. So, trinke ich mal einen Honig, damit die Infektion auch geheilt wird. Ja, dann könnten wir noch am Forschungstisch mal gucken. Ich habe ja jetzt sehr viel Forschungsmaterialien gelootet. Erste-Hilfe-Verband-Bauplan wäre natürlich auch ganz geil. Aber wir gucken mal, was wir noch für die nächsten Werkbänke brauchen. Ich brauche noch die Werkbank und die Schneiderstation. Das ist mir relativ wichtig. Die Werkbank könnte ich sogar schon erforschen. Lass mich mal hier das rausnehmen. Oh, und da ist schon wieder die Hölle los. So, dann erforschen wir zumindest schon mal die Werkbank. Schneiderstation kommt dann auch irgendwann dran. Da brauche ich einfach mehr Holz. Aber für Holz brauche ich erstmal eine neue Axt. Boah, ich bin drauf und dran hier runter zu gehen und hier mal ordentlich sauber zu machen, damit die mich nicht belästigen. Aber das ist hier auf dem freien Feld gegen die rennenden Zombies und da sind auch Ferals dabei. Ein Fehler und dann bist du weg. So, jetzt müsste die Werkbank hier gleich fertig sein. Der Bauplan zumindest. Lass mich den noch lernen und dann mal checken, was man braucht, um die zu bauen. Wir brauchen, haha, natürlich einen Schraubenschlüssel, einen Holzhammer. Den Schraubstock kann ich, glaube ich, bauen und ansonsten brauche ich nur noch Holz. Den Rest habe ich alles. Gut, dann morgen weiter mit Eisen, Eisen, Eisen und weitere Forschungsmaterialien aus der neuen Stadt und dann gucken wir uns da auch gleich mal um. Vielleicht sehen wir irgendwas, wo wir hinziehen wollen. Denn ich würde da gerne hinziehen. In die Wüste. Warum nicht? Da habe ich Bock drauf. Allerdings noch nicht jetzt. Erst nach der nächsten Horde. Also so Tag 15, 16 oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Interesse. Ich gehe jetzt hier noch die restlichen Items sortieren und höre mir das Geschrei hier unten noch ein bisschen an. Wir machen dann hier am Morgen von Tag 10 weiter. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020